Bad Larsfö, Bad Laesfö ist eine Kleinstadt im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Geografie Die Stadt Bad Larsfö liegt im oberen Lahntal im ehemaligen Kreis Wittgenstein. Das Stadtgebiet befindet sich südöstlich des Hauptkamms des Rothaargebirges, eines Teiles des Rheinischen Schiefergebirges, und grenzt im Norden an die Stadt Bad Bälleburg und die Gemeinde Erntebrück, im Osten an die Stadt Biedenkopf in Hessen, im Südosten an Breidenbach, im Süden an die Zölstahl und im Westen an die Stadt Netfen. Höchster Berg im Stadtgebiet ist mit 694,1 Meter Ü. NHN der nahe dem Stadtteil Heiligenborn gelegene Kompass, der den höchsten der südlichen Berge des Rothaargebirges darstellt. An seinen Flanken entspringen die durch das Stadtgebiet fließenden Bäche Bernshäuserbach, Solerbach, Fischellbach, Gonderbach und Ilse. Bei Lahnhof einem kleinen östlichen Stadtteil von Netfen bzw. unweit süd-südwestlich des Lahnkopfes entspringt die Lahn. Es gibt mehrere Naturschutzgebiete im Stadtgebiet wie BSPW, das Wahlbachtal. Die Stadt gliedert sich in insgesamt 24 Stadtteile. Der Name der Stadt leitet sich von Lassapha ab. Was so viel wie Lachswasser oder Lachsgewisser bedeutet und vermutlich aus dem keltischen stammt. Der bereits 780 erstmals erwähnte Ort wurde im frühen 13. Jahrhundert als Residenzstadt der Grafschaft Wittgenstein ausgebaut und erhielt vor 1277 Stadtrechte. Über der Stadt lag Schloss Wittgenstein als Wohnsitz der gleichnamigen Grafenfamilie. In der Folge erhielt die Stadt eine Stadtmauer mit zwei Toren und sechs Türmen, die im frühen 19. Jahrhundert bis auf geringe Reste abgetragen wurde. Bei der 1605 erfolgten Teilung der Grafschaft Wittgenstein in die Linien St. Wittgenstein-Belleburg und St. Wittgenstein-Wittgenstein wurde Lassfe. Die Residenz der südlichen Grafschaft. In der Stadt wohnten neben Handwerkern und Ackerbürgern deshalb auch Beamte des gräflichen Hofes. Man kann mit etwa 100 Haushaltungen rechnen. Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 erlosch der Status als Residenzstadt. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde in der Grafschaft Wittgenstein und damit in Lassfe die Reformation eingeführt. Der in Marburg ausgebildete Nikolaus Zell war ab 1555 der erste lutherische Prediger in Lassfe. Ab den 1560er Jahren besaß das kirchliche Leben in der Stadt und dem Umland dann deutliche Züge, die sich an dem 1563 veröffentlichten Heidelberger Katechismus orientierten und gehörte damit bis in das 19. Jahrhundert zur reformierten Kirche. In den Hexenverfolgungen sind in Lassfe 16 Hexenprozesse durchgeführt worden von 1609 bis 1630 darunter fünf Hinrichtungen und eine Verbannung. Das erste Opfer, Merge Dillmansche, wurde 1609 gefoltert, verurteilt und hingerichtet. Graf Ludwig II. stellte später fest, dass es kein ordentliches Verfahren war. Sie sei wieder recht zum Tode verurteilt worden. Lucia Reichmann hielt alle drei gerade der Folter aus, ohne zu gestehen. Sie beging 1630 im Gefängnis Selbstmord. Der Rat der Stadt hat am 26. Juni 2015 einen Beschluss zur Rehabilitierung der Opfer der Hexenprozesse gefasst. Lassfe wurde 1806 als Teil des ehemaligen Fürstentums St. Wittgenstein. Wittgenstein zunächst dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt angeschlossen, dann aber auf Beschluss des Wiener Kongresses 1815 an Preußen abgegeben. Seit 1817 gehörte die Stadt dem Kreis Wittgenstein im südöstlichen Teil der preußischen Provinz Westfalen an. 1888 lag die Stadt Lassfe im preußischen Regierungsbezirk Arnsberg im Kreis Wittgenstein und hatte einen Anschluss an die Eisenbahnstrecke, Kreuzdal-Marburg der preußischen Staatsbahn. 1888 hatte Lassfe eine Präparanenanstalt, ein Amtsgericht und Trikotagen und Strumpfwarenfabriken. 1885 waren in Lassfe 2225 meist evangelische Einwohner ansässig. Zum Schloss Wittgenstein gehörten zwei Eisenhütten. Seit 1960 ist Lassfe ein Kneippkurort. Seit dem 1. Januar 1984 führt die Stadt Lassfe als Kneippheilbad und Luftkurort den Namen Bad Lassfe. Aufgrund der innovativen Angebotsentwicklung und des Ambientes vor Ort wurde Bad Lassfe 2006 vom Verband Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte in die Gruppe der Kneipp Premium Kles aufgenommen. Seit September 2015 befindet sich in der ehemaligen Schlossbergklinik eine Unterkunft für Flüchtlinge der Bezirksregierung Arnsberg. In der sogenannten Zentrale Unterbringungseinrichtung sollen bis zu 500 Asylbewerber untergebracht werden. Am 1. Januar 1975 wurden anlässlich der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen die Gemeinden Amtshausen, Banfe, Bermershausen, Bernshausen, Feudingen, Fischelbach, Großenbach, Heiligenborn, Herbertshausen, Hesselbach, Holzhausen, Kunstwittgenstein, Niederlassfe, Oberndorf, Puderbach, Rückershausen, Rüppershausen, Saßmannshausen, Steinbach, Volkholz und Weide aufgelöst und in die Stadt Lassfe eingegliedert. Eine 61 Hektar große Fläche von Amtshausen wurde nach Erntebrück umgegliedert. Die ehemaligen Gemeinden, aus denen heute die Stadt Lassfe besteht, hatten am 6. Juni 1961 insgesamt 14.858 Einwohner am 27. Mai 1970 15.710 Einwohner und am 30. Juni 1974 15.356 Einwohner Politik Der Rat der Stadt Bad Lassfe besteht aus 32 Sitzen. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 erbrachte folgendes Ergebnis. Bei der Wahl am 25. Mai 2014 wurde der von der SPD nominierte amtierende Bürgermeister Thorsten Spillmann mit 55,3% der gültigen Stimmen wiedergewählt. Der Kandidat der CDU, Günther Wagner, erreichte 44,7%. Wappenstädtepartnerschaften Thamesworth seit 10. Oktober 1980 Chateauneuf-Sur-Leure seit 28. September 1991 Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr Der Stadtgebiet wird von der Bundesstraße 62 von täglich etwa 11.000 Fahrzeugen durchquert. Aufgrund des hohen Verkehrs durch die Stadt gibt es seit längerem Planungen für eine Ortsumgehung. Die Umsetzung wurde von der Landesregierung ausgesetzt. Für 2016 ist eine neue exaktere Verkehrszählung geplant, um den Fernverkehr sowie den Ziel- und Quellverkehr besser zu analysieren. Diese könnte neue Impulse für die Ortsumgebung bringen. Die Ortsumgehung soll das enge Tal südlich mit drei Tunneln und einigen Brückenbauwerken umgehen. Einzige Schienenverkehrsstrecke im Stadtgebiet ist die obere Lahntalbahn. Es gibt werktags einen Stundentakt nach Marburg und Erntebrück. Der Bahnhof Bad Glasfü ist zentraler Verkehrsknotenpunkt. Neben der Schiene halten alle Buslinien der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd an den Busteigen nahe dem Gleis und erschließen die umgebenden Orte. Dabei handelt es sich um die Linie SB 5 nach Siegen, R 30 nach Erntebrück, R 31 nach Bad Bälleburg, R 32 nach Mandeln, R 35 nach Wallau, L 182 zum Schloss Wittgenstein, A 380 nach Puderbach und zum Schloss Wittgenstein, A 381 nach Rittershausen und der Bürgerbus zum Wilhelmsplatz und nach Puderbach. Des Weiteren gibt es Bahnhaltepunkte in Feudingen, Niederlasf und Oberndorf. Die Haltepunkte Amtshausen und Bermershausen wurden bereits 1962 Amalienhütte 1978 aufgelassen. Bis 1996 wurden außerdem auch die Bahnhöfe Saßmannshausen und Friedrichshütte bedient. Seit 2013 gibt es auf dem Stadtgebiet den Windpark Hesselbach mit nach einer Erweiterung acht Windkraftanlagen. Diese sind vom Typ Vestas V 112 und haben eine Gesamtleistung von 18 Megawatt. Außerdem wird zurzeit der Windpark am Sohl mit sieben Windkraftanlagen errichtet. Wegen diversen Einsprüchen und Klagen ruht das Projekt zurzeit. Im September 2014 wurden Pläne für den Bau von drei Windkraftanlagen auf dem großen Bohnstein bekannt. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Entscheidung aber erstmal zurückgestellt. Ferner entschied die Stadtverwaltung, einen weiteren Antrag für die Errichtung von Windkraftanlagen bis zum 25. Juni 2016 zurückzustellen. In Bad Lasfe haben folgende Unternehmen Standorte oder ihren Firmensitz. EJ. Heinrich Wagner Sintum Maschinenfabrik Brauerei Bosch Die Discounterfirma Aldi Nord ist mit einer ihrer regionalen Niederlassungen in Bad Lasfe ansässig zuzüglich eines großflächigen Zentrallagers. Das Industriegebiet in der Stockwiese liegt am südöstlichen Rand der Kernstadt. Weitere Industrie- und Gewerbeflächen stehen im interkommunalen Industriepark Wittgenstein in Erntebrück-Schameda zur Verfügung. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bad Lasfe bietet seinen Besuchern viele Sehenswürdigkeiten, beispielsweise die nahezu vollständig erhaltene historische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, einer durchgehenden Kopfsteinbepflasterung, dem Altstadtbrunnen sowie Fragmenten der Alpenstadtmauer. Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne in NRW. Durch das Gebiet der Stadt Bad Lasfe verläuft auch der 2001 geschaffene Rotha-Steig. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Themenwanderwege wie das Lasfer Bierwege-Elchen, den Mythen- und Sagenweg, den Mensch- und Hund-Erlebnispfad oder den Märchenwanderweg kleiner Rotha. In Deutschland einmalig sind das Pilzkundliche Museum mit über 1000 gefriergetrockneten Pilzexponaten und das internationale Radiomuseum Hans Neckar mit einer umfangreichen Sammlung historischer Geräte und Kuriositäten aus der Radiogeschichte. Mit der Amalienhütte existiert ein Industriemuseum. Das Heimatmuseum Banffetal und das Heimatmuseum Oberes Lahntal präsentieren lokale Geschichte im Stadtteil Banffet bzw. Feudingen. Siehe auch, die evangelische Kirche Bad Lasfe stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde nach der Reformation im Inneren mit Abendmaltisch Kanzel, Emporen und Fürstenloge neu ausgestattet. Im 18. Jahrhundert wurde in der Innenstadt von Lasfe eine Scheune zur Synagoge umgebaut. Sie ist heute profaniert und nur von außen zu besichtigen. Die katholische Kirche Sankt Petrus und Anna stammt aus dem 20. Jahrhundert. Fena erhebt sich über der Stadt das vermutlich im 12. Jahrhundert gegründete und im Barock ausgebaute Schloss Wittgenstein. In der Altstadt von Lasfe stehen zahlreiche ab dem 16. Jahrhundert errichtete Fachwerkhäuser unter Denkmalschutz. Siehe auch, im Stadtgebiet befinden sich über 20 Naturdenkmäler. Im Stadtgebiet befindet sich das Skigebiet Hesselbach. Fußballplätzen sind in den Stadtteilen Hesselbach, Niederlassfe, Feudingen, Banffet sowie der Kernstadt vorhanden. Freibäder gibt es in Feudingen und Hesselbach sowie der Kernstadt. Letzteres ist das größte der drei und wurde in der Saison 2015 von etwa 37.000 Gästen besucht. Von den weltweit über 46.000 verlegten Stolpersteinen befinden sich 82 Stolpersteine in Bad Lasfe. Eine lange Tradition haben die Kartoffelbratfeste im Spätsommer und Frühherbst sowie die zahlreichen Schützenfeste. Am letzten Wochenende im August findet seit 1979 jeweils das Bad Lasfe Altstadtfest statt. Seit 2009 gibt es außerdem im Juli und August die musikalische Openair-Veranstaltungsreihe Freitags in Bad Lasfe auf dem Brauereihof und Wilhelmsplatz. In Bad Lasfe gibt es zwei Gymnasien, das städtische Gymnasium und das Gymnasium Schloss Wittgenstein. Weiterhin besteht das Schulangebot in der Kernstadt aus einer Realschule, einer Hauptschule, einer Grundschule sowie einer Förderschule. Hinzu kommen weitere Grundschulen in verschiedenen Stadtteilen. Bad Lasfe verfügt über ein reichhaltiges kulturelles und sportliches Angebot. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Johannes Bonnmilch Weihbischof in Partibus Hacier-Lethuringier Weite Martin Luther im Frühjahr 1507 im Erfurter Dom zum Priester Lucia Reichmann Opfer der Hexenverfolgung in Lasfe Ludwig Crocius Prediger, Professor am Bremischen Gymnasium Illustre Johannes Crocius 1653 Rektor der Universität Marburg Johann Heinrich Ludwig Bergius Verwaltungswissenschaftler Elise Sommer Dichterin Wilhelm Zusein Wittgenstein-Hohenstein preußischer Staatsmann Karl August Groß in Saßmannshausen deutscher evangelischer geistlicher Herausgeber von Liedsammlungen und Komponist Wilhelm Friedrich Groß in Saßmannshausen Politiker und Landrat Friedrich Kiel in Puderbach Komponist Wilhelm Pauk evangelischer Kirchenhistoriker Rudolf Jung Schriftsteller und Übersetzer Fritz Heinrich in Feudingen Politiker MDB 1953 zu 1959 Otto Pien Maler und Künstler Klaus Müller Dominik in Feudingen Bildhauer und Grafiker Rolf Pascieni in Fischelbach Theater Dramaturg Gernot Wilhelm Altorientalist Fritz Roth Schauspieler Peter Kluss Schauspieler Kia A. Claudi Rollskisportlerin Weitere Persönlichkeiten die mit der Stadt in Verbindung stehen Johann Konrad Dippel Theologe Alchemist Anatom und Arzt Der auch die Pseudonyme Christianus Demokritus Ernst Christian Kleinmann und Ernst Christoph Kleinmann führte Wilhelm Hartnack Heimatforscher des Wittgensteiner Landes Geograf Botho Prinz Zusein Wittgenstein Hohenstein Politiker Bürgermeister in Bad Laas für MDB 1965 zu 1980 Präsident des Deutschen Roten Kreuzes 1982 zu 1994 Nach 1994 Ehrenpräsident des Deutschen Roten Kreuzes und Vorsitzender der Ständigen Kommission der Internationalen Rotkreuz und Rothalbmond Bewegung in Genf Herstellung von 2020 Untertitelung�에서 Vielen Dank.